Mit der Beine noch bei den Damen, die ganz vorne mitlaufen wird, und die Kanzlerin. Hier kommt der nächste vom Adventure-Team und hier kommt Natascha Hartl, 145, Martin Kult, den Applaus für die kleine Dame. Natascha Hartl, ebenfalls für den Sportverein Händersberg, die 374, Sascha Lückow und dahinter mit der 105 und 900, in Hamburg, der nächste Doppelstatt des Töckchen-Auskaps. Wir begrüßen die 399, das war Nummer NN 399, ohne Namen, und ein weiterer Läufer von Ausgaben, ja, nein. Vorhinein, der 399, ja, das ist er. Und unser Freund Sees als Steißkampf, die 333, im Einglauf, Andreas Acht von den Sportfreunden Bundentag, die 315 Sekunden. Und hier kommt der Läufer mit der 100 und 98, Andreas Bittermann. Und hier kommt der Läufer mit der 100 und 98, Andreas Bittermann. Und hier kommt der Läufer mit der 132, Fabian Bittermann, und mit der 133, vom Eiskafé Winterhaus. Und hier kommt der Läufer mit der 113, vom Eiskafé Winterhaus. Vielen Dank.